Zunächst einmal insgesamt sehr geehrte Festversammlung. Nachdem wir mit der erhabensten Feier unseres Glaubens, der Feier der Heiligen Eucharistie, diesen besonderen Tag des Konimationswerkes der deutschen Katholiken eröffnet und dies auch über das Medium des Fernsehens und des Internets aller Welt kundgetan haben, freue ich mich, Sie alle in diesem Rahmen noch einmal ganz herzlich im Mist und Goals willkommen zu heißen und zu begrüßen. Ganz herzlich begrüße ich Sie. Das sind zum einen die erheblichen Summen, mit denen das Gemeindeleben und die kavitative Tätigkeit der katholischen Kirche in der DDR ermöglicht wurden, aber ebenso wichtig wie der materielle Wert dieser Hilfslieferung war der geistliche Beistand. Pakete und Geldspenden waren stets begleitet von Gebeten und Zuspruch. Der Einzelne zählt egal wo. Dieses Motto der neuen Bonifatius-Kollekte drückt sehr gut aus, was wir damals gefühlt haben. Die Hilfe des Bonifatius-Werkes war und ist immer auch ein Zeichen gelegter Nächstenliebe aktiver Solidarität untergrissen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Vielen Dank.